Ich lerne Deutsch. Nummer 7593 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin offen für die Wunder des Lebens. Ich bin mit dem Ergebnis des Fitnesstrainings nicht zufrieden. Mein Muskelumfang hat sich trotz aller Anstrengung nicht verändert. Ich bin mit dem Ergebnis des Fitnesstrainings nicht zufrieden. Mein Muskelumfang hat sich trotz aller Anstrengung nicht verändert. Ich strahle Selbstbewusstsein aus. Trotz Internet ist es wichtig, sich auch mit Tageszeitungen auf dem Laufenden zu halten. Der Anfang einer Reise ist aufregend und voller Vorfreude. Der Anfang einer Reise ist aufregend und voller Vorfreude. Nach dem Sport dusche ich. Dann gehe ich zur Nachtschicht. Es motiviert mich, mit anderen zusammenzulaufen. Dadurch kann ich meine Leistung steigern. Es motiviert mich, mit anderen zusammenzulaufen. Dadurch kann ich meine Leistung steigern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.